Ja Freunde, was geht? Hier ist Khaled und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ja Freunde, das ist der achte Teil jetzt und ja, wir sind jetzt langsam fast zur Hälfte angekommen, würde ich mal sagen. Aber das wird noch einiges passieren. Und ich würde mal sagen, wir starten mal direkt die nächste Sequenz und das ist die La Halle Ouse Blesse oder wie das auch heißt. Ich kann leider kein Französisch. Ähm, ja, wir starten. Nun gut, Lafreniere. Wofür steckt ihr euch? Ja, dann müssen wir jemanden wieder suchen, dann machen wir schon mal unseren Adlauge wieder an. Beihauf mal ein. Schaut mal ein Schweinchen. Oder ein Span. Okay, also wenn wir die da an, an Krone. Leider keine Klingen mehr. Scheiße. Scheiße, ich hab fast immer auch schon wieder getroffen. Ich fährst von nicht los. Das wird mich lieb, eine schöne Jagd. Oh nein. Ach, ach. Ich fährst von nicht los. Ich hab noch mal einen Skbs. Ah, ach. Oh nein. Genau das was ich vermeide. Interessant. Dann trinken wir ihn auf der Rückseite. Wenn einer fragt, haben wir einen unbewachten Eingang gesehen und wollten nur sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Wir wollten nur die Lücke schließen. Das gefällt mir. Halt! Ja, du, Bürger! Luda, stehen bleiben! Die sollen nur versuchen, uns aufzuhalten. Waffen aus Bayern. Denkt nicht mal dran, hier eine Pfeife anzuzünden. So einfach, bis jetzt. Krass. Was immer er plant, es ist groß. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Die Vollverlager, sie werden auch gehen. Nein, selbstverständlich kann es nicht einfach sein. Was? Oh je. Das ist ein riesen Ärger. Nicht einfach. Das ist ein riesen Ärger. Nichts. Das ist ein riesen shades. Das war's für mich. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Lieber mal geplant! Der Hof! Kötterdorf! Schneller! Kötterdorf! 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 Tą K tons… T argue go for 1,2 – 2,9 – 3,50 – 3, 4000 – 3,9 – 4,培 Deus – 4,10 – 5,000 – 4,8 – 5,9 – 3,23 – 4,5 – 5,9 – 5,9 – 5,9 – 5,9 – 6,000 V, 6,0 – 6,had an strategy first – 1,8 – quien teiliส eficilians – 4.1 – 5,7 – 10,7 WMorrespondent Rми – 5,7 Ellias store at SP Training Ikimund N Alches gewonnen Ja, bloß nicht auffallen. Die Kansch fünf abgeschlossene Fortfahre. Ja, Freunde. Diesmal ging es ein bisschen schnell. Ähm. Ja. Kann man synchronisieren? Ja, kann man, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. So, Freunde. Jetzt sind wir damit fertig. Ich würde sagen, ich guck mal kurz im Shop nach, also beim Händler. Genau, runter. Schick jetzt! So, in der Umflucht nach einer zweiten Region! Ich mach dich nieder! Ich freu das nicht so gut, Alter. Lasst euch nicht reinlegen! Und jetzt zum Vergnüglichen! Ich mach dich tot! Unter von der Spitzen des Hauses! Weißt du da? Dann kriegst du selber das Messer! Schick jetzt! Das ist ein toten Winkel! Mach dich mal! Mach dich mal! Du hast noch nicht gewonnen! Ich mach dich mal! Schick jetzt! Ja! Was ist das? Ich schick jetzt mal! Oh! 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 Du hättest mit deinen nahrigen Freunden fliehen geflüchtet. Nahrendes Glück! Hier könnt ihr die Dust geschlagen. Gäß! Gäß! Hab ich auch schon. Ähh... Gäß! Für mich muss ich Halle sehen. Gäß! 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 ich habe schon abgeschlossen ich weiß ich habe keine dinger mehr ich habe doch sequenz 5 eben gerade abgeschließen abgeschlossen ach mega ich habe das doch gerade abgeschlossen egal so freunde ich würde sagen das war es mal an dieser stelle ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder das war halt eine etwas schnelle oder besser gesagt eine kurze folge ja ich weiß euch das gefallen hat was auf jeden fall ein daumen nach oben abonniert den kanal und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal haut rein euer hellig und tschau